Ja, moho Leute, euer Zero hier und herzlich willkommen zurück zu Let's Play. Followed wir im Überlebensmodus. Oh, ich hab grad ein bisschen Schluck auf. Und wir haben gestern einige Notsignale gefunden. Heute werden wir ein Notsignal davon mal überprüfen. Und zwar müssen wir ein Juwelier finden. Ich vermute mal, hier werden... Ja, das vermutat hat ein Rundung an. Ich hab ihn nicht getroffen. Die scheiß Reichweite, die reicht einfach nicht aus. Dafür muss ich schon den Perk mit den Pistolen ändern, weil dann geh ich mehr Reichweite dafür. Scheiße, der kommt her. Der kommt einfach her, Kleiner. Ich hab gar nicht gespeichert. Aber die finden mich nicht. Oder später, du müssen rauskommen. Später. Haben Kampf gewollt. Das ist mir klar, dass du das wolltest, aber... Ich möchte das nicht, weil ich nicht weiß, ob hier wohl ein Legendärer dabei ist von euch. Ach, ist das schön. Ach, ist das schön. Ich liebe diese Waffe. Wir brauchen auf jeden Fall mehr 50er-Kaliber-Munition. Wenn wir damit länger auskommen wollen. Ohren mir widerspielen, streich! Das wird auf jeden Fall meine Priorität darstellen. Diese Munition zu kaufen. Ah, die ist auch sau teuer. Aber ihr seht schon, ein Schuss. Gut, später werden wir wahrscheinlich eher mit Laserwaffen kämpfen. Oder die Laser-Munition einfach verkaufen. Das gilt natürlich auch. Wenn ich mir so überlege, wie viele Sins wir noch treffen werden. Das wird, äh, nice. Ja, stell dich ruhig ans Feuer. Da, wo dein Kollege gestorben ist. Diese scheiß Reichweite. Ihr wisst auf jeden Fall, dass über uns noch einer ist. Das heißt, da werden wir aufpassen. Wieso leuchtest du rot? Achso. Das Fleisch. Wies so leuchtend aus. Oh, nichts drin. Du kommst raus. Kommst raus aus Versteck. Eines Tages, mein Freund, komm ich raus. Wenn du tot bist. Ich habe einen Kampf gewollt. Das ist nicht dein Ernst, oder? Was? Irgendwas ist da im Weg. Das kann nicht sein. Da ist irgendwas im Weg. Naja, ich wühle mich hier mal durch die Gegend. Mal gucken, was wir finden am Speichern vorher nochmal. Nicht, dass ich da auf irgendwas treffe, was mir nicht gefallen wird. Nö, ich loote. Ich glaube, er hat meinen Hund gefunden. Ist mir aber scheißegal. Ich könnte sterben. Ja, das war nur der Hund, der geschossen hat. Das wird er bestimmt denken. Okay, der nächste. Okay, ich sehe da oben auf jeden Fall schon mal einen. Vielleicht hätte ich den einfach markieren sollen. Oh, egal. So, dann holen wir einfach unsere Pistole raus. Kein Plan. Der Hund ist wieder da. Okay, die Pistole ist mittlerweile echt scheiß. Ich weiß nicht. Der leise Furchter, der bringt es einfach dem Meer. Das ist diese Wache vielleicht besser. Ich muss da auf jeden Fall nochmal ein Visier anpacken. Ein kleines Visier. Damit ich nicht so weit zoome. Okay, dich muss ich markieren. Dich treffe ich auch einfach so. Naja. Schauen wir uns noch ein bisschen um. So viele Supermutanten sind hier zum Glück nicht. Kaliber 50. Sauber. Hier ist jemand. Ach, über uns. Okay. Ich habe da gerade eine Kakerlacke gehört. Hier eine Kakerlacke. Ich was hören. Das Geräusch da. Was ist das ein? Ich weiß nicht. Versprochen. Heute kein Kampf. War nix gewesen. Was? Wer da sein? Ich werde noch viel zu leicht entdeckt. Weil hier ist irgendwo eine Kakerlacke. Wieso kämpft ihr nicht gegen die Kakerlacke? Ich tue wieder Spielstreich. Shit. Nicht getroffen. Auf zu bellen. Ich will jetzt nicht zerbrechen. Oder Stopp. Was? Ah, du darfst machen. Weg. Endlich. Bleiben. Stille. Was ist das? Ich mache mir viel zu viel Krach. Okay, den haben wir auch markiert. Blöde Geräusche. Oh Gott. Scheiße, mein Hund hat ihn verletzt, ne? Warum willst du wissen, dass ich ein Mensch bin? Ich lebe mich auf die Kakerlacke. Früher oder später, du müssen rauskommen. Haben Kampf gewollt. Das ist jetzt nicht dein Ernst, oder? Du weißt nicht, dass ich hier bin. Er hat nur in die Richtung geschossen. Wieso treffe ich dich nicht? Ich komme raus aus Versteck. Warte mal. Wo ist er? Quicktot. Präzision 104. Reichweite 185. Verstehe ich nicht. Na, du willst mich wieder verraten, ne? Alter Hund. Mach keinen Scheiß. Wollte ich dich finden, Mitch. Oh Gott. Die Kakerlacke ist hier. Das ist eine Red-Kakerlacke. Ja, jetzt kämpfen wir erst mal gegen die Kakerlacke. Ich glaube, sie ist tot. Sie ist tot. Jemand da? Mein Kopf. Nein, dummer Hund. Du schade zu, wie... Jetzt. Ich. Würde dann. Du Hulk, oder was? Ey, genau. Das ist Hulk. Ich sehe... Ich merke es jetzt erst. Das ist Hulk. Die haben da einen Hulk gemacht. Du bist markiert, Dude. Er hat Leben verloren. Scheiß Red-Kakerlacke hat ihn verletzt. Ich will dich da draußen riechen können, kleine Schleichratte. 100 Kakerlacke haben wir schon. Wie schön. Oh. Ich habe einen Kampf gewollt. Verkäufer. Das waren zwei. Nicht nur Geräusch. Jetzt reicht es mir hier mit dir. Oh Gott. Halt aber so. Hup, hup. Irgendwann ist auch Schluss und lustig hier, ne? Der ist über mir. Ganz ehrlich, bis der mich sieht, bin ich schon wieder weg. Dennoch müssen wir immer noch, äh... Den Juwelier finden, ne? Hey, verschwunden. Nicht fair. Okay. Hier ist auf jeden Fall nicht der Juwelier. Heute kein Blut vergießen. Alter, wie sieht er doch an. Ich was hören. Den Schleich muss ich unbedingt noch verbessern. Ach, der ist ja... Ach, das war der fast Tote, ne? Jetzt trifft ihn doch mal. Geht doch. Wieso nicht gleich so? Ach, guck mal, wie er hier chillt am Wasser. Ich muss sagen, mein Schleichen ist schon so gut, dass die neben mir stehen können und mich nicht sehen. Aha. Sie ist hier in der Nähe. Ja, ja, ja. Bald, bald. Jemand da? Nein. Oh, oh. Oh, oh. Und es macht keinen Scheiß, ey. Der ist liegen, der. Fuck. Und bleibt bitte bei mir. Bäh. Ich höre, sollte es gar nicht da sein. Was? Wer da sein? Wohl nichts gewesen. Okay, er ist schon mal mutiert. Alles cool. Kaliber 50, cool. Gefällt mir. Oh, ein Törtchen. Oh, oh. Oh. Funktioniert auch nicht. Alles kaputt. Oh. Oh. Aha, ich habe das, Mann. Oh, 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 oh. Jetzt vorsichtig sein. Wenn der legendäre kommt, habe ich ein Problem. Wenn du mein Hund jetzt den legendären verletzt hast, ah, das wäre ein bisschen blöd. Das wäre sehr blöd. Krieg ich nämlich nicht den Ohr zum Schaden, den ich möchte. Da seht ihr schon, es ist echt wichtig, dass ich alleine rumlaufe. Alter, Hund trägt halt richtig viel für mich. Sobald mein Hund jemanden verletzt, habe ich natürlich ein Problem. Na komm, bleib aber stehen. Habe ich meinen Kritischen bereit? Nein, habe ich nicht. Ich brauche den Kopfnud. Oh shit. Oh shit. Oh, er hat ein Lasergewehr. Er hat ein Lasergewehr. Nein, mein Hund verletzt ihn. Fuck. Okay, da seht ihr schon das Problem. Na gut. Beinrampler nicht. Oh Gott, auf gut Glück. Hageher. Manchmal muss man einfach rein. So, Metallrüstung. Oh cool. Äh, verlangsamt im Kampf, worüber gehen die Zeit, wenn du 20%... Ja, nee, hatten wir schon mal, war nicht so der Knaller, ne? Laborstation. Ach, wer denn, das Kampf ist nicht möglich. Kann ich dich eigentlich umstellen, dass du nicht so aggressiv wirst? Psst. Wie geht's dir, Kumpel? Äh, was soll's, Junge? Ja, super. So. Ah, hier ist ein Bot. Oh, den hätte ich auch aktivieren können. So. Hallo. Ich bin da draußen. Ich bin in dem Publikum, die wir so weit verhängt, gefangen. Vielleicht, äh, hat deswegen niemand, äh, die Tossi befreien können, weil hier Supermutanten sind. Oder die Supermutanten wollten sie befreien, weil sie nicht sind. Nichts war, dass der zu Supermutanten, ich hab sie ja auch umgebracht. Kann ja sein. Ich weiß nicht, dass ihr... Lasst mich bitte raus. Da ist ein Knopf unter eines der Kräsen in der Schmuckabteilung. Ich hab solche zu. Bitte, helfen Sie, jemanden. Na, also. Dies ist eine Aufzeichnung. Die Nachricht wird... Aktivierung Protektron zu Diensten. Wieder das Zeichen. Ah, ich vermute mal, dass es hinter diesem Regal ist. Okay. Unter dem Tresen ist ein Knopf. Unter dem Tresen. Da ist das Zeichen. Mit dem Pfeil. Ich glaub, die ist tot. Meister. Ha, zum Glück bin ich ein Meister im Schlosskretten. So, wir zum Thema Meister. Ja. Ich hab noch 99 H-Klammern. Nein, das geht auch nicht. Das geht auch nicht. Geschafft. So. Elektromagnetische Kartusche. Okay. Soll ich mich gleich überladen? Raketen sind sehr schwer. Falons Lagerschlüssel. Ja, zu spät. Jetzt hab ich das Ding geöffnet. Danke. Oh. Wieso ist der Schlüssel direkt neben dem... Ich... Ich frag es nicht. Nein, das... Das ergibt keinen Sinn. Ah, komm. Bleibt drin. Oh. 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 Das ist cool. Glaub ich bin ich überladen. Kann das sein? Nein. Da steht nur Lagerschlüssel geöffnet. Okay. Jetzt bin ich überladen. Ah, hier gab es so viele tolle Sachen. So, was hab ich dabei? Was kann ich wegwerfen? Ich will auch nur dezent überladen. Äh, Schall gedämpft. Äh, die würde ich gerne behalten wegen dem Schalldämpfer. Du kannst weg. So. Damit hätten wir das gelöst. Und der Bot läuft hier durch jegegen und freut sich. Oh. Nein, ich bin nicht feindlich. Wollt man deine Munition klauen. Okay, komm. Die acht Fusionszellen. Wenn wir das Fusionskerne, würde ich sagen. Ja, hey, komm. Aber nicht bei Fusions-Munition. So. Wer bist denn du? Raider. Cool. Gut, raus möchte ich noch nicht. Äh, hier gibt's noch ein paar Leute zu töten. Der bewegt sich in die falsche Richtung. Schade. So, schauen wir mal, wo die übrigen sind. Zwei Stück müssten noch oben sein. Äh, hier haben wir noch nicht nachgeguckt. Ne, wir gehen immer kurz hin. Auf Mensch. Menschen. Hm. Seh nicht. Knochig. Aber lecker. Besser als Brahmin. Oder Käfer. Alles besser als Lecker. Nicht Gule. Hä? Bruder, Recht haben. Nicht Gule. Ich finde die Gespräche von denen so cool. Ah, ist das schön. Ich bin aber gleich überladen. Und noch mehr Müll dürfen, dürfte ich endlich nicht mitnehmen, ne? Wieso bist du halbtot? Äh, halbtot? Ganz tot. Oh, der Bot. Na toll. Jetzt haben die mich... Danke, Bot. Das ist ja ein normaler Super-Botant. Oh Gott, nein. Bitte nicht. Das ist jetzt nicht passiert, oder? Warum? Okay, ich weiß... Okay, gut, wir haben gespeichert. Alles gut. Ich mach das jetzt schon so instant, dass ich das gar nicht bemerkt habe. Äh, scheiß auf die Pfannen. Ich darf die Pfannen nicht mitnehmen. Hilfe, nicht Gule. Hey, Bruder, Recht haben. Nicht Gule. Die sind so cool. So, der Bot wird sie gleich sehen. Ich darf nichts mehr mitnehmen. Ich weiß nicht, dass Granaten mich einfach so instant töten. Da hinten läuft noch einer. Oder mehrere. Ja, soll der oben daher sich erstmal Keks freuen. Super-Mutanten voll Strecker. Okay. Ich muss die Granaten mitnehmen. Können sehr hilfreich sein für den Fall der Fälle. Gehen wir erstmal zu dem Fall Strecker. Ich glaub, die sind ein bisschen härter unterwegs. Ach, so eine Küche. Würde ich am liebsten kaufen. Hier werden die Toiletten ausgestellt. Dafür gehst du ins Visier? Ist das dein Ernst? Gott, bitte nicht. Bitte nicht. Bitte nicht. Bitte nicht. Die Realaktivität nehme ich gerne in Kauf. Ähm, das ist scheiße. Gottes Willen. Scheißgakelake, ey. Die liegen da. Nein, Hund. Da wäre es ein. Shit Nein Die olle Kakerlake, Alter Und dieser Dreckshund Warum sind Tiere so scheiße? Ich muss mich hier rausschleichen Psst, warte Das war scheiße Ah, verdammt Okay, der hat sich da einfach mal hingelegt Hätte ich den Welt nicht aufgestanden, wäre das gar kein Problem gewesen Psst, warte Auf zu bellen Scheiße Okay Fuck Och, was machst du denn? Oh, das war ein Ding der, ne? Wieso ist er nicht sofort mutiert? Psst, warte Okay, langsam laufen Je langsamer ich laufe, umso schwerer zu entdecken bin ich Spring Laufen Gottes Willen Kackviech Braver Hund Okay, der ist weg Ihr könnt jetzt gehen Nicht riechen Nicht riechen Bitte nicht riechen Weißt du Aber für die riechen meine Angst nicht Musst du diesen einen Hund töten Fuck, ey Gottes Willen Okay, sie vergessen mich Vielleicht wenn sie mich vergessen haben, speichere ich ab Scheiße Oh Gott Ja, vergiss mich einfach Das ist keine Kugel in deinem Kopf Du bist doch wieder heil Alles ist gut Alles ist gut Niemand tut dir etwas Oh 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 Könnte er mich nochmal vergessen? Das wäre episch Er sucht mich ganz wild Oh, ich glaube, du bist natürlich hungrig. Okay. Schau, dass mein Andere noch kein Schelldämpfer haben. Nein, das ist scheiße. Auf gut Glück. Okay, kein Problem, ich habe es geschafft. Psst, los geht's. Das ist kein Kreuzschlüssel. Das ist eine verdammte Angst. Ziele bluten und allein 25% zusätzlichen Schaden. Ja, das ist natürlich nice. Das ist der Grund. Hey! Ich kann Gewicht tragen. Ich kann gar nichts mehr tragen. Aber ich bin nicht überladen, gut. Ich habe jetzt gar nichts mehr einsammeln. Aber ich habe es geschafft. Die hier sind tot. Oh, Mann. Oh, hier sind zwei. Ähm. Immer der Typ. Und immer der Typ. Aber der da hinten ist ein ganz normaler Supermutant, ne? Jemand da? Nein, das war der Vollstrecker. Blutende Wunder am Hinterkopf. Jemand da? Du da sein, du da sein. Nicht verstecken. Blöde Geräusche. Oh. Er weiß noch nicht, wo ich bin. Er schießt einfach nur irgendwo hin. Ich dich da draußen riechen können. Kleine Schleicher. Dann würdest du mich auch finden. Ach, du bist der... Weißt du? Der Typ mit den Klamotten ist der normale Supermutant. Nein! Als fand ich getroffen, aber gut. Du wärst einfach so, als hätte ich's. Du komm mit raus. Komm mit raus aus Versteck. Wo ist Hundi? Hundi? Hab ich dich da gelassen? Ich hab doch gesagt, du sollst mir folgen. Ach, jetzt kommst du plötzlich. Was war das? Oh, cool. Patron. Nimm mich doch sehr gerne. So, der Supermutant ist ja schnell erledigt. Ja, ja, du wirst mich finden. Ich verpasse erst meinen Headshot. Was sagst du dazu? Wenn du dich nicht so krass bewegen würdest. Nimm mich doch gerne mit. Aber wir müssen gleich zurück auf jeden Fall ein paar Sachen ablegen, wenn wir hier fertig sind. Säge würde ich sehr gerne mitnehmen, aber... Nö. Ihr wisst ja. Ist leider nicht drin. Stechflügelfleisch. Warum? Schrott. Gewicht von drei. Ganze Müll. Ich hatte euch übrigens letztens gefragt, ob ich über eine Mod mein Gewicht vergrößern soll. Und, äh... Ihr meintet lieber nicht. Soll ja alles authentisch bleiben. Deswegen machen wir es weiterhin so. Ich mein, wir können ja auf... Andere Art und Weise unser Gewicht vergrößern. Von daher... Tun wir es einfach dann so. So. Einmal noch ganz nach oben. Auf Le Dach wahrscheinlich. Oder auf... Le... Letzte Stockwerk. Und dann gehen wir hier rausgehen. Und erstmal Sachen abgeben. Ne, kleiner. So. Dann schauen wir mal, dass wir die da oben noch töten. Ich glaube da waren es zwei Stücken. Ne, eine haben wir schon getötet. Einer ist da oben noch. Und dann haben wir es. Aber wir wissen, dass der Typ eine Granate hat. Ich... Ich... Was ist eigentlich mit uns so einem Bot passiert? Ach der Chilter. Anstatt mal hier hoch zu gehen. Ich hab doch gar nichts gemacht. Ja... Ich hab doch gar nichts gemacht! Na, da kannst du nicht springen. Hey! 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 Hat sich erledigt kleiner. Hat sich erledigt. Hat sich erledigt. So. Das war seine Granate. Ich weiß nicht, ob hier noch mehr ist. Aber wir gucken noch hier. Das hier wird wohl deren Zuhause sein. Wie das aussieht. Wir speisen sie. Körper. Naja. Kann ich leider alles nicht mitnehmen. Ich hab ja schon Bitterkappen, ne? Ich hab ja schon vollständig Bitterkappen. Ach! Da ist auch ein Bot. Toll. Hätte ich nicht vorher gesehen. Aber es gibt Erfahrungen, Freunde. Deswegen machen wir es. Und es ist ja ein leichtes Schloss, ne? Oder beziehungsweise ein leichter Schloss. Nein, Schloss nicht. Nein, was soll ich sagen? Ein leichtes Terminal. Ein leichtes Terminal. Leichte Terminals sind mir am liebsten. Weil die gehen schnell. Ist das denn? Man findet nichts. So. Ja, Dufte reichen. Ja, das reicht. Ich bin ganz unglücklich. Slide ist schon mal Kacke. Äh, Bone meine ich. Äh, Bone. Das heißt, Dome kann es auch nicht sein. Slide? Ja, Slide ist schon besser. Äh, Slum. Ja, Slum. Das wärs. Aktivierung. Protektron. Zu Diensten. Protektron. Ich brauch deine Hilfe. Verdammt, da ist noch ein legendäres Viech. Das hat doch nichts mit Glück zu tun, oder? Nur Pech. Wobei, es ist Glück, dass wir so viele legendäres finden. Eigentlich schon, ne? Ich will die ganze Zeit legendäres Zeug bekommen. Oh, falsche Woche. Protektron. Helfen Sie mir, Mister. Ich bin in Gefahr. Ich bin in Gefahr, halt. Mann, stopp. Hinter dir. Öh, öh. 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 Klasse. Der ignoriert die einfach. Kann ich dir nicht sagen, wo du hingehen sollst. Okay. Vielleicht geht er automatisch hin. Ich weiß nicht, was das ist, aber es leuchtet schön. Ich schütze und diene. Ja. Am Arsch tust du das. Am Arsch. In die Scheiße reiten. Das tust du. Hab sie durch Türen gehen können? Mein Hund kann's auch. Soll also die Frage. Fenster lehnen. Daher wird die Darkness. Ich schütze. Ich schütze dieser Teil. Ich schütze. Ich schütze. Abtacktron. Wieso gehen Sie nicht mal in diesen Raum? Auf diese Farbe Или? Na, du bist sofort tot, ne? Trägt mir den Scheiß. Psst, warte. Wieso bekommt er so plötzlich so wenig Schaden? Ich glaube, der Protektron, der schießt nicht auf Tiere. Er ist ein Tierfreund. Da ist auch ein Super Mutant. Scheiße, Mann. Geben Sie sich zu erkennen. Er kommt hierher, oder? Okay, er ist mutiert. Der Super Mutant quält mir nicht. Hast du gerade einen Teddy kaputt gemacht? Das finde ich nicht nett. Genau, jetzt lauf runter und mach den Protektor unten kaputt. Die haben einen Hund entdeckt. Viel Leben hat er noch. Odd. Machst du ihn kaputt? Bist du auch legendär? Ne, ist nur Vollstrecke, okay. Scheiße. Der legendäre Tod? Nein, ist er nicht. Er hat nicht mehr viel Leben. Aber er ist schon mal mutiert. Ist aber schön in den Hintern geschossen. Falls ich dich finde, Mensch. So, nur noch der Vollstrecker. Leider bin ich überladen. Ein Charisma plus eine Intelligenz. Ja, das klingt gut. Schauen wir mal nach. Das war das rechte, ne? Was hat der Scheiß überhaupt? Ein Charisma, eine Intelligenz. Äh, rechtes Bein. Giftresistenz. Kann ich nicht machen. Ich brauch die Giftresistenz. Ach und, dir geht's gar nicht mehr so gut, wa? Ich könnte dir jetzt Impact geben, aber ich, ich bin gierig. Früher oder später, du müssen rauskommen. Ich hoffe, dir schon da eher, man. Bieselige Menschen. Jemand da? Fuck it. Scheiße. Gefunden. Hast du nicht. Das ist ne Lüge. Hast mich nicht gefunden. Muss hier weggehen. Warum wir dummen Menschen immer kämpfen? Wo du hin? Hä? Ich dich finden. Habe Kampf gewollt. Wo ist der Bot hin? Oh, Kaliber 50 Munition. Noch heiß. Dankeschön. Ich würde gerne die Munition haben von dem Bot. So, die 5mm Munition von dem Typen möchte ich natürlich auch haben. Das wäre richtig geil. Wird mir richtig knoge werdet. Das Geräusch doch. Das Geräusch doch. Was ist das sein? Kannst du dir einfach deinen Kopf zeigen? Riech doch mal bitte um. Genau. Einfach umdrehen. Dafür du bezahlen. Dich nicht da draussen riechen können, kleine Schleicherbe. Alter. Der war hartnäckig. Ohohohohoho. Sauber. Danke für die Munition. Mehr wollte ich doch nicht. Ach, hier komme ich aufs Dach. Boah, ich hätte nicht erwartet, dass hier gleich noch so ein Kampf ausbricht. Ah, boah, da will ich gerne rein. Perfekt. Du hast eine neue Frisur erhalten. Ich hoffe, die sieht nicht so aus. Ach, shit. Äh, Schrott. Ja gut, ich würde sagen, wir gehen nach Diamond City und verkaufen da ein bisschen. Minigern kann ich ja nicht mitnehmen. Gehen wir erstmal aufs Dach. Vielleicht, wer weiß, was wir da oben noch finden. Wieso, wir machen das morgen mit ihm verkaufen. Alter. Boah, drei legendäre hier drin gewesen. Zwei legendäre Köder. Ein legendärer Superbutant. Oh, shit. Oh Gott. Ich würde sagen, es bringt einfach richtig viel Spaß auf diesem Schwierigkeitsrad. Ja, danke schön. Ich weiß nicht, was hier noch passiert. Wir laufen erstmal hier. Bis zu durch die Gegend. Gucken wir uns mal hier ein bisschen um, ne? War hier nicht auf dem Dach einer? Ich was hören. Ah, ich hab meinen Hund da gelassen, ne? Shit. Ohren mir wieder spielen, Streich. Bist du denn? Gut, kein legendärer. Alles in Ordnung. Yamata! Da hält er sich vor Schreck an der Tür fest. Okay. Na, wir gucken, ob wir irgendwas finden. Nein, leider nicht. Ah, da hinten ist noch ein Gebäude. Da möchte ich gerne nur rein. Und im Parkhaus dürfte endlich nichts sein. Gut, Freunde. Ich würde sagen, dann war es das für heute. Mit Fallout 4. Ich werde jetzt nochmal kurz mein Hundi holen. Und dann werden wir von hier aus dem Morgen einfach mal... ...nauus reisen. Beziehungsweise die Sachen einfach verkaufen. Das ist der Deal. Aber wir werden höchstwahrscheinlich nach Hause reisen. Und wir sehen uns einfach direkt zu Hause. Da muss ich euch nicht mitnehmen. Dann lege ich den Schrott ab und dann sehen wir uns da. Fliegen wir noch immer kurz nach Diamond City. Und verkaufen unseren Schrott. Und das war's. Warte, warte, warte. Drecksviech. Das ist nämlich zum zweiten Mal erschrocken. Erschreckt. Erschreckt, ne? Gut. Haut rein. Hey. Euer Serum. Komm schon. Tschüss. Tschüss.